Hi, willkommen zu einer Horror-Map. Oh, ich dachte, das ist ein Strip-Club. Oh, wir bluten. Oh, oh, oh. Jan, wir bluten. Ich sehe nichts. Ich sehe kein Blut. Egal. Meins ich nur nicht. Wollen wir noch das Read-This? Soll ich durchgehen? Ja. Alles Englisch. Welcome to the Redplay-Korn-Map. Enable settings while playing. Was? Fork and settings. Warte, ich muss immer kurz und guck. So, wir haben jetzt Optifine installiert. Wir haben das Texture-Pack tatsächlich reingemacht. Das heißt, hier sein funktioniert und das alles ist... Es ist wirklich gut. Ich kann keine noch zwei. Ich meine, guckt euch die Drehmodel an. Holy shit. Also, bist du bereit? Ja. Let's the fucking go. Yo. Jared. Ist das der, äh, ist der Typ von Kraft? Bezweiflich. Äh, wenn wir da gar nicht mehr mal was. Okay. Durch die Stadt. Durch die Kanalisation. Ja. Und... 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 Solche. Besatigen. Hat er nur einen Arm. Na ja, so halt. Ich muss aus. Und so für mich der Job. Wir werden bezahlt. Und... Oh, wir sind gekommen. Ja, gut. Wow. Wir werden nicht bezahlt hierfür. Talk. Look at me. I can't go with you. And make sure to visit the cabin to grab your equipment. The cabin? Damn. Das fucking Asche-Biom. Dieser, dieser Asche ist... Wait, inspect. Wagons of doctors who never came back from old Pim. Wait, das hier... Ich vorhin auch noch so ein Ding für Aspect. Oh, hier ist die Cabin. Ich hab's gefunden. Okay. Oh. Und Sword. Ich nehm ne Soul Lantern. Und ich nehm... Ich glaub wir haben... Oh, Instant Health. Lass mal hierher die Hälfte nehmen. Ich nehm... Äh... Moment. Ich würd sagen, jeder nimmt ne Torch und ne Lantern mit. Yeah. Weil die Soul-Torches sind heller. Und die Lampen sind heller und die Soul-Torches sind. Äh... Nimm noch eine Portion mit. Hier, I will not have an easy way to get all... HBW... Okay. Wie viel Helf-Portions hat er zwei? Äh... Sieben, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ja. Da gibt mir noch eine. Weil ich hab' 6,5. So, und dann mal mit dem Portion. Hast du noch ein Schwert da da? Ja, ein Schwerter. Äh... Ja, stimmt. Das wollte ich mir noch nehmen. So. Das sind einfach Holz-Kartanas, Junge. Jo... Ich mag das Model-Work. Ja, ne? So. Ich will auch was richtiges Rollensschwert haben. Was ist hier drin? Äh, ich nehm' die Hose und die Schuhe. Ich muss meine Brüste verdecken. Only the most courageous and fearless will be able to pass through the side forest. Once upon a time, this road led to the denser Pupple... ... 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 ali ge- ... ich kann nicht mehr damit ich kann nicht mehr mit sp gemacht player also hat er jetzt eben auf dich gemacht ja hier ist er wentsche ein gewohnt ist die musik auch wieder ausgesetzt hat vorhin war ja noch sagen wenn ich glaube ich habe ich glaube ich habe sound aus ja ich habe musik aus machen wir dann ist noch ein jetzt noch ein bestes geld der rektis und anstecken und es bin hier verlangt ein mir gefällt dir umgehung ist also also sieht nice aus konstant musik nein momentan höre ich recht wenig das das pusten meine ich das pusten ja gewinnt habe meine sound jetzt auch auf 36 hoch gemacht jetzt ich habe alles auf 100 gemacht nicht auch das ist konstant oder ja es ist konstant das schon einiges besser ja weil ich habe mich direkt schon die audio angemacht und so denn es jemand kannst du kannst das greift hat den rechtsklicken glückleiter mann der rei way talk you there my name is address ah what are you doing here lost not by business anyway business centers here in the old pinum but if you find my loss my old rusty sword please bring it to me i will give you another one ich will probieren zu schlagen aber ich will ich will nicht riskieren dass er seine quest er bewegt sich ja oh holy shit und da okay um wollen wir nach dem schwert noch ein wenig suchen aber erst mal weiter ich würde sagen es ist ein begrenztes space viel versuchen können wir ja nicht ne nötig weiß vielleicht kommen wir ja nochmal zurück möglich aber vorsichtig aber können wir einmal suchen na james sunland gibt es hier irgendwo so ein zauntor wo wir durch könnten ich kann mir vorstellen dass es in st an der gebäude drin ist um mp ich habe mich vor haben wir von der schwarzen was in den ersten und er was er an was normaler meint das hat oder also das war so eine Art wind würde ich sagen ja ich ich finde jetzt nix das ist das weitergehen ich glaube nicht dass es einfach in Mach, 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 mach die Sounds auf 100. Ich glaube, das ist besser. Hab ich. Gut. Ich mach Musik aus, weil die Musik ist Standard-Shit. Die normale Chill-Minecraft-Musik passt absolut nicht hierzu. Bist du dir da sicher? Ja. Ich glaube, ich schreit mir gleich um deine Hosen. Kann ich die Hosen bitte doch haben? Nein. Du kommst meine Hose nicht. L. Ich will doch die reguläre Laterne haben. Ich mach die Sold, Enter. Wir haben aber auch eine, aber du hast die. Ja. Ich hab aber die normale Torch dafür, dass ich Sold, Orch. Hm. Investor Gate. Entrance to the City. Hm. Das ist ein komischer verzweigter Weg in der Stadt. Das ist kein Weg in die Stadt, das ist halt einfach nur ein Labyrinth. Das ist unser SCP. Das ist ein Kiste. Woa. Da geht's rein. Hier ist ein Kiste. Checkpoint. Survivor's Letter. Ich bin fast. Ich bin fast. Es scheint, dass ich die letzte Person, die in der infekten Zone übernommen bin. Wenn plötzlich jemand jemanden hier möchte, dann weiß ich, dass es keine Rückwärmung gibt. Ich habe die Tür, ich habe die Tür, ich werde meine Flinte und Flinte. Flinte und Flinte. Es ist in einem Hotel geplant. Jan, wo bist du, wo bist du hin? Bin hier. Ja, hier. Ich habe irgendwas gehört. Oh, ich auch. Nicht über Angst. Haben wir. Wollen mich hier links rein oder rechts? What the fuck? Keine Ahnung, aber bleib bei mir. Okay, lass uns, lass uns hier rein. Nee, da geht's nicht rein. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Ich bin aufgesetzt, ne? Ja. Ich bin... Ich bin nach Hause. Die Bäume sehen cool aus. Holy shit, die sehen wirklich cool aus. Alter. Vorne ist auch abgeschlossen. Moment. Das ist auch cool. Was ist da drin, Alter? Keine Ahnung, mach ich auch. Oh, boah. What the fuck? Ich bin impressed, wie gut das gemacht ist. Ich nicht. Ich hab Angst. Blue side apart. Die Angst ist gescheitend alles. Kann ich die mit abbauen? Fuck. Hier ist eine offene Tür. Äh, warte, da vorne ist noch eine Gasse. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Hier ist der Leiter. Zwei Optionen. Da drüben oder hier? Ich bin die Leiter hoch. Ja. Die kommen, glaube ich, nicht mehr raus. Ja, das sind dann zwei Optionen. Lass uns hier erstmal rein. Okay. Oder sagen wir nur die andere Seite. Only light can open darkness. Kerzen. Hier ist eine Tür. Hier ist eine Kiste. Instant Health. Eine für dich, eine für mich. Lass mir die Türen auf, in denen wir waren. Ja. Keine Tür. Keine Tür. Keine Tür. Na ja, das ist irgendwie alles Türen, aber die sind cool im Ort. Noch eine Küste. Rusty Sword. Oh, das können wir zurückbringen. Nein, schlag mich nicht. Alter. Was zur Hölle ist das? Tut mir leid, ich wollte dich nicht fragen. Lass ich dein Zord schwer verwenden? Nee, ne? Ich glaube nicht. Lass uns zurückbringen. Okay. Warte, ich cutte das Backtracking raus. Die Kommentare. Nevermind, Gegner. Monster Hunter. Okay, gut, pausieren. Noch einer. Noch mal, da war mein Türen viel zu viel los. Ich schloss. Kein Backtracking. Oh, oh. Oder ist das jetzt? Nee, wir kommen wieder da raus, wo ich dachte, wo wir rauskommen. Ach so. Äh, hast, ähm. Brauchst du die Health-Pause? Warte. Ich glaube, ich werde das Video so cutten. Naja. Pausiere. So, da sind wir auch schon wieder bei ihm. Muss ich jetzt. Stone Sword? Gegen Iron Sword. Ist das ein Iron Sword, was du bekommen? Willst du das Iron Sword? Ja. Okay. Dann kannst du die anderen Holzschwerter haben. Ich glaube nicht, dass sie so lang, dass das so lang hält. Also behält dir lieber dann auch eins oder zwei dabei. Okay. Das ist einfach noch ein Eisenschwert. Ja. Zu not, zu not kannst, kannst du mir noch mal welche geben, weil du hast Holzschwerter. Na, okay. Gut. Auf zurück. Wieder popp. Ich glaube, es ist auch besser, wenn ich das nehme, weil, ja, ich bin unser Profi hier, ne? Ja. Ja, du, genau. Definitiv. Ja. Jan, töte ihn. Ja, nein, Gott. Nein, Gott, ja. Gott, die hört sich eklig an. Ich höre hier noch einen. Ja. Irgendwann kann ich da drin sein, irgendwo. Help. Ich glaube, hier waren nur noch welche. Da steht Help oben an der, an der Wand. Wo? Jan, in, in Blöcken geschrieben. Ach, ah. Wow. Was zur Hölle ist hinter der Wand, Alter? Warum pulsiert das? Ich habe einen Jungen gehört. Lass uns die Tür mal zumachen. Sicherheitshalber. Blind and Steel required. Ich dachte, ich habe Blind and Steel gelesen. Blind and Yoink. Blind and Soinkers. Das ist ein Teppich. Okay, hier ist nichts weiter um die Ecke. Verständlich. Hier ist eine Kiste. Das ist eine Trapjust. Pass auf, ob irgendwas passiert. Es ist Flintlockpistol. Die behalte ich. Will, du hast das Eisenschwert. Ja. Was bist du denn? Das ist ein Ding aus Zelda. Oh Gott, der hat mir so einen Schaden gemacht. Trink deine Portion zur Not, ne? Ja. Aber so viel Schaden habe ich noch nicht genommen. Ja, weil die Instant Half, die Instant Half können wir zusammen verwenden. Ja. Wie viel Schaden hast du schon genommen? Äh, zwei Herzen. Okay. Wenn du die brauchst, dann trink erstmal die reguläre. Es ist beides. Es ist beides Half 2. Ja, es geht mir auch mehr darum, dass wir uns beide heilen. Ja, auf er. Trennen. Alter. Weißt du, es könnte mit uns beiden. Mit uns beiden. Mit uns beiden können. Mit uns beiden. Äh, ich glaube, das würde mit uns beiden, äh, das Ganze ein bisschen dynamischer machen, wenn wir auch, äh, auch runter überlegen würden. Kannst du die anzünden, die Kerzen? Ja, kann ich. Das heißt, wir haben jetzt Access für nächstes Areal und... Nein, ich meine, ob du die da mal anzünden kannst. Äh, ja. Wir müssen da wieder rein. Jan. Nein, wissen wir nicht. Wie viel Schaden hast du genommen? Ich habe drei Herzen verloren. Das heißt, du hast noch so Hälfte, ja? Ich habe über die Hälfte. Okay. Oh mein Gott. Äh, Jan, du bekommst den Fünd-Lock. Was hast denn du jetzt? Eine Muskete. Aber wir haben keine Munition momentan. Ja. Weil hier solltest du auch wieder runtergehen, ne? Äh, ja. Ist hier jetzt noch mehr gespawnt? Keine Ahnung, aber ich habe nur das Gefühl, dass... Dass es creepy wird. Ich mag den Creeper nicht. Da ist nichts. Ähm. Stimmt, wir können hier jetzt auch durch. Mhm. Ich brauche das Ding, äh, Dinges? Ich denke mal, das ist so ein Brauch. Das weiß ich nicht. Ich könnte es aber nicht benutzen. Das ist... Quicksilver Bullet. Äh, teil mal auf. Ja, da ist die Hälfte drin. Okay. Ist geladen. Okay. Ja, meine auch. Ich werde es aber... ...aufbewahren. Ähm. Er heißt Ausrufezeichen. Oh, ärgert du vor. Oder soll ich? Wieso ich? Warum nicht? Wie viel Leben? Äh, vier. Fehlen. Okay. Ja, das ist noch ein bisschen mehr als ich. Wie viel macht Instant House 2? Äh, ich glaube, vier Herzen. Gut, dann trinke ich meine. Wir sind wieder in der Gasse. Was hat er gerade so geknurrt, Alter? Keine Ahnung, aber haben wir nicht ein paar Türken ausgelassen? Äh, äh. Ähm, Jan. Ich glaube, zwei Türen hatten wir ausgelassen, oder? Bereite deine Waffe vor. Ach, stimmt, das war ein Hoglin. Aua. Doglin of the Red Plague. The of Red Plague. Ich ziehe das Ding. Ich trinke meine Pauscheln auf. Es waren genau vier, ja. The Fingers are not afraid. Flint and Steel of Red Light. Ah, ja, okay. Die sind auf verschiedene Candles. Halien die Durability? Ja. Okay. Oh, hier sind wir. Da ist wieder einer. Kommen Sie mit, kommen Sie mit. Ich komm. Vielleicht sollten wir nicht so sprinten. Warum wir für, ähm, Situation. Ich mein, ja, aber das ist, äh, nimmt irgendwie einen Vibe raus. Leicht, aber. Hörter. Investigate. Tunnel for carriages closed. Wir müssen rüber. Hier vorne war die Leiter. Naja, das ist der Kürzer, ruhig, stimmt. Weißt du, ich will für die Atmosphäre, will ich nicht sprinten. Aber gleichzeitig. Nein. Nicht, mein Sprinten geht ja, aber das Springen. Das Springen macht's ja. Es geht mal an dem Punkt mehr um die, die Zeit, die wir... Äh, lass uns, doch, lass uns hier drüben. Oder ist da, sagst du? Da sieht's ähnlich aus. Okay. Es wird ein Leverenz ändern, oder? Ähm. Ich nehm die Hälfte und die Brottel. Ich hab schon... Schon die Hälfte genommen gehabt, oder? Ja, ich hab schon die Hälfte genommen. So ein 16 drin. Da ist was. Äh. Wir sind hier einfach wirklich im Zelda. Oh, die Sounds sind eklig. Was hattest du da jetzt bekommen? Bis auf die... Bullets? Ne Potion. Ich kann den Helm nicht nehmen. Ja. Doch, kannst du. Doch. Leerhand, oder? Ja, leerhand. Wow. Du wirst dich so oft für mehr schrecken. Ja. Ich... Ich hab mich jetzt schon wieder... Ich hab mich grad... Ich hab mich grad eben schon erschrocken. Oh nein. Oh nein. Das ist so eine Standard-Komm-Nicht-ins-Wasser-Passage. Kann ich irgendwie... Achso, du kommst einmal so hoch. Oh nein. Das gefällt mir nicht. Ja, ich werd wieder auf die Ketten hoch. Ich hab mich. Ich hab mich nicht. Herr Boy, warte auf mich. Ja, und? Dann stützt ihn weiter hinter dir. Ja. Und? Okay, es ist wieder... Es ist wieder hell. Das rote im Dug. Ja. ich hab Angst ich glaube hier ist irgendwas groß zu merken natürlich soll es sein das ist ja rechts lang da ist ein Hauglin oder Sauglin oh die Augen oh Gott ich habe einen Haufen Leben verloren nein ich hab schon verschwendet der Bullet ich hab mega Schiss ich guck ob hier auch noch was war nee ich hab ein Jump'n'Run oder Jump'n'Run in meiner Horrormap alter Sneak advancement made Sneak 100 sorry ich dachte es sollte nur Horrormap sein und nicht nur eine Meme ich glaub Sneak 100 ist sogar von original Minecraft echt jetzt? ich bin oben oh hier ist ein Checkpoint äh Sneak me is GALC Sensor or Warden to prevent it from detecting you jawohl bist du oben ich bin oben ja ähm kipping weil ich bin absolut scheißen voll ah ok mach's schon hier ist irgendwo ein Skullc Sensor ja hier sind überall welche the light the light is your enemy was? the light is your enemy? ach ne nicht noch mehr Jump'n'Run ach du Scheiße ach du Scheiße ach du Scheiße ich werd nicht runterspringen ich bin runtergesprungen er ist noch da Jan er ist noch da wie zur Hölle sollen wir hier durchkommen? ich weiß nicht ob wir sammeln den Warden tüten sollen ich hab noch zwei auf das war so ist das so wenn es nicht mehr als Abwehr ist echt ein Wunder Ja, ich bin da getötet, ja. 300 Leben, das geht so schnell nicht. Ich werde mich nicht heilen, nicht dafür. Ne, ne, ne. Ach, mein erstes Boden ist alles weg. Inspect. The brain is broken, but I can jump into the slime block that is underchained. Ach, man sollte an der Seite noch hin und her parkourn. Oh. Ich kann nicht deutlich verstehen, was wir eigentlich tun sollten. Warte, hast du den tot? Den worden töten. Ja. Ich glaube, wir sollten an der Seite irgendwie hin und her parkourn. Weil hier sind überall welche. Welche was? Sensoren. Mein Versuch. Ich bin hier oben. Warum nimmt noch irgendwas von mir wahr? Wow. Da vorne ist noch einer. Ja, gehen wir sich jetzt aber nach oben. Komm, du siehst mich doch nicht. Der bemerkt mich nicht. Komm schon. Kommt der Jung. Ich mag die Section nicht, ja. Er kommt direkt auf dich zu. Langsamer, aber er kommt auf dich zu. Und schneller als du. Aber nur knapp. Jawohl. Das ist ein Zutat. Das ist ein Zutat. Das ist ein Zutat. Der wurde grad schneller. Ja. Okay, jetzt hat er sich an einen. Der ist gar nicht so. Geheftet. Jetzt läuft er dir wieder hin. Er wird direkt auf dich zu. Der ist kurz hängen geblieben. Okay, er schaut sich um. Er kann uns ja auch riechen, ne? Er kann uns riechen. Da ist noch einer. Ja. Wo müssen wir landen? Ja, geht jetzt echt genau. Keine Ahnung, aber... Da können wir einfach sprinten. Sind die nicht insgesamt langsamer als wir? Nein, die sind schneller als wir. Außer im Handel die Fernkampfattacke. Ah, danke. Ja, die ist... Ja, das ist sowieso. Ja, wir machen es noch. Können wir die Arbeit mal vorsetzen? Nein, jetzt haben wir hier eine Open Area. Ah, ne. Der war meins. Ist da irgendwo mitführend? Ich sehe hier grad keine. Aber die können nicht anwesendlich. Unwahrscheinlich, dass die große an den Fans vorbeikommen. Hier ist ne Tür. Ja doch, hier ist ne Tür. Sie kommen durch. Ist die offenbar? Backpoint! Endlich! Hier sind wir noch nicht. Hier ist ne Tür. Äh, ne Tür sag ich schon mal. Iron Sword? Das nehm ich. Und die Hälfte davon. Ich hab schon alles von den Bullets genommen. Von der Bullets. Gut. Oh, meine Fresse. Ich denke grad, dass die Jungs auch hinterherkommen können, ne? Durch die Wände? Ja. Die kann sich eingraben und hier wieder ausgraben. Jawoll. Ja. Ich bin... ...nach links gegangen. Wo? Links? Oder nach rechts. Er hat mich durch die Wand eingegriffen. Ich soll nicht grüß. Da bist du gleich. Ah! Ich weiß. Hier vorne ist ein Trackpoint. Ich weiß. Aber geh mal in die Bücherregalen da. Ja. Warte. Ich geh... Die Kisten. Flintlock? Noch eine? Was war der andere drin? Ah, da war Eisenrüstung. Ah, da war Eisenrüstung. War nur Silver Bullets drin. Drei. 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 Okay. Dann kommen wir dir einfach. Was? Was ist denn bei den Bücherregalen? Kann einfach sein. Oh, ich wusste es. So. Lass uns nach oben, dass sie endlich out of range sind. Ah, was ist denn eigentlich mit denen? Ich lumsgalk ein... Ein... Ein Graben. Hm? Ich lumsgalk ein Graben. Glaube ich. Boote? Ich hab nur mal eins mitgenommen. Ich hab... Äh... Drei. Kann nämlich auch bei mir. Können die Wands auch einfach ein Boot trappen? Wimt. Weil die greifen, glaube ich, trotzdem an, ne? Ja. Ich glaub, wir sind einfach mal hier durch. The river estate was founded by Lord Gale. It was originally in his home, but he later... Gale to his planfishing club, everything was final to the fish and then began to shoot a fish. Oh, mit den Fischen war irgendwas nicht in Ordnung, oder? Du musst noch eine Fische sein. Ja. Instant half. Ich nehm mir... Eine. Und du. Ich nehm mich da mit rein. Was ist das denn? Das ist ein Boss-Arreal, alter. Keine Ahnung, aber da haben wir auf jeden Fall keinen, äh... Kein Tickets mehr. Das Clown ist und so. Better... Better use a boat. Das... Das... Das ist der Fund, ne? 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 Genau. Warte, soll ich nochmal achten? Ja, ne? Nein, es wird als gezeichnet. Ja. Ja. Ich mag die gezeichneten Fund, ne? Das ist geil, äh, eine preview auf das Video geben, dass sie Saga weiß, wo es geht. Klar. Ja. Damit du das Fund erzeichnen kannst. Das ist... Das ist... Das ist... Ich bin nicht sicher, wie weit wir in der Welt drin sind. Ich auch nicht, aber zeitlich müssten wir recht weit sein, würde ich sagen. Zeitlich wären wir an einem Ende von einer normalen Folge. Aber ich würde das auf jeden Fall zu Ende machen jetzt. Ja, wir machen das so jetzt dann, allein weil es ein Halloween Special ist. Jaaaas. Das ist ein... Großes, offenes Areal. Oh, 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 oh. Oh, nein. Oh, man. Das hat mir das ganz komplett kaputt gemacht. Wie mir das... Ich hätte mir... Ich hätte mir jetzt ansehen, welches das ist. Das ist einfach... Ja, du warst in dem Biom. Then never. Ah. So. 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 One-Qu 내 Frage. Chelsea. Wir reden jetzt, wirst ja. Hessen! Aber daslimit clear. ین. cmhzt. Tambour lesen kind. Spende. Sebten städt. er meine Späte betrifft hat eine Verlust und wir haben so ein ekligen Wortseite in der Hände der Freund das ist zwar meine Wesen bei Worm okay das ist aber nur ein Zelda Dungeon ja ne oh nein warte auf mich ich bin in der Wand gespongen ja nicht bin weg zu mir gut oh du bist gestorben ja ähm okay wieder da wir mussten uns nicht die Wand fahren ich hab der Boden gereist das ist ein ekliger Slime das ist nicht eklig nur groß ich muss noch was von dem Worn aufnehmen fällt mir darauf der Chess ist locked ganz ganz genau wenn du wirst dann aufbite ah da war der Schösser behind you oh oh das ist weird you have destroyed the heart of the infection and freed old pinam fruit however you are not destined to get out because now you are the heart of the infection das war das war nicht wie das Ende wenn wir beide ja ich hab da einfach nur kein Bock mehr äh wenn wir die wenn wir jetzt die Infektion ne ja das Herzinfektion können wir die nicht wieder einnehmen und und einfach freundlich sein und einfach freundlich sein ich weiß nicht aber Jan ja es kann nur ein Herz geben ich bin das war mein Herz der Infektion ich bin Gott nicht ich bin Gott ah okay das war's mit dem Video schönes Halloween Special Jan du hast nicht einmal geschrien ich bin enttäuscht doch ich hab geschrieben irgendwas hab ich geschrieben ja ach doch als du dir die beiden Hämme aufgesetzt hast hab ich mich zweimal entsprochen und geschrieben das Schreien hab ich tatsächlich nicht gehört irgendwas hat der Mikrofon jetzt an möglich ich das war's mit der Folge auch noch weiter guckt euch später an Hello Halloween Spooky 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 Scary Bye darf ich jetzt lieben du darfst jetzt lieben ja ich wollte gerade 3-4 machen also um das Spiel zu schließen ich hab ich hab noch nicht beendet Jan jetzt beendet